Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei FearDry Mit Raketen und so weiter, wie ist das, Alter, die Alter hat so man... Wenn das die Wehen sind, Junge, wenn das die Wehen sind Ich hab auch wieder einen Junge Ich hab auch wieder einen Ja, ist schön Ich hab auch wieder einen Ui Ich glaub einer von uns muss da rein um die Brücke Ich nicht Oh Gott, okay, warte Jetzt geh ich einfach Kommt man da hoch? Ich glaub, wir müssen sogar beide Seiten machen Du nimmst die Seite bei dir da und ich nehm die Seite bei mir Ich glaub, ich hab ungünstig geparkt Ja, ich hab ungünstig geparkt Ach, hier komm ich gar nicht rein bei mir Auch nett Moment, ich muss mich mal eben umparken Hier, düd, düd, düd So, halte E Lol Da sind Leute bei dir Ja, 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 hier ein paar Ich hab doch Lasergun, dies, das Krassistent, ich baller von außen mal ein bisschen rein Ja, ich weiß gar nicht Ah, hier kommt man hoch, okay Ja, warte mal, ich mach hier mal Turbo Power Action Warum genau noch welche? Ich hab mal einen für dich beseitigt Alter Hör doch mal auf, hier alles kaputt zu machen Hier ist ein Hebel So, der aktiviert Die Brücke geht runter Okay Ich will hier raus Spring runter Komm, ich hab Angst Freil dich Ich bin schon Ich bagge hier fest Ich bin jetzt bei mir, ja Äh, ich komm hier nicht raus Oh, dankeschön Ich hab, ich hab wirklich gehofft, dass es funktioniert Ach du Scheiße Hier sind irgendwelche Fahrzeuge Das will ich dir überlassen Die können mal kaputt treten Nein, nein, nicht kaputt treten Ich bau ja Raketen rauf, ja Mach doch einfach, Mann Nein Ich will die auch ein bisschen extra Die sind doch fast down, Junge Die sind down Okay, ich muss jetzt abkühlen lassen Ja, lass mich mal so Da ist ein Irgendjemand auf der Brücke So ein Raketenflug Ich kann keine Raketen abschießen Gerade Oh, du bist blau Nein, das bin ich nicht Das bin ich nicht Schieß auf da Ich bin die ganze Zeit hinter dir. Okay, ich bin halb. Ja, ich auch. Aber der ist schneller down, vor wir zu zweit sind. I hope so. Achtung, 15 scheiße, scheiße. Ich muss echt. Zehn. Zehn, ja. Ach, was ist hier los? Ach du Scheiße. Wollen wir schnell aussteigen? Dann regeneriert sich der. Nein, nicht mehr wird's drin. Aber er regeneriert sich gerade. Ja, bei mir auch. Dreiviertel. Ist der tot? Ja, ist tot. Wenn das hier ist. Ein Schrotthaufen. Metallhaufen. Was wird zuhören da oben? Metall. Was? Oh, da war einer auf der Brücke oben. Achso. So, wie kommen wir denn hier weiter? Ich würde sagen... Oh. Zwischensequenz. Oh. Das hat weh. Ist die Alte jetzt endlich tot? Gibt's ja gar nicht. Schietischer Zustand der mechanischen Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab. Loll. Wenn dies Teil deines Plans ist, würde ich sagen, es läuft glänzend. What the fuck? Wir waren noch nicht mal bei unserer Mutter und du fragst schon, ist sie jetzt tot? Das gibt's doch nicht. Ja, kann ja sein. Da ist überall alles rot und so. Dann ist die Fruchtblase jetzt geplatzt dann scheint. Ist so. Wollen wir hier eine Folgenpause machen? Ja. Ja. Das klingt gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Outro.